hey meine beise draußen ich bin's jan von matchdexbuddies und hier habe ich wieder ein schönes paket was ich an boxen werde also öffnen werde und euch zeigen was drin ist hier drauf steht royal airmail und das ganze kommt aus england aus großbritannien und zwar direkt von tops und schauen wir mal was drin ist also dann reiße ich das hier mal auf das ging mir wirklich schnell also ich habe mir was bei tops direct.com bestellt und zwar das ganze war letzte woche irgendwann letzte woche also wenn ich das hier gerade aufnehmen ist es ist gerade mittwoch und ich habe das letzte woche bestellt und das jetzt da und ist es sieht bisher sehr gut verpackt aus und auch komplett aus so hier ist nichts mehr drin und das sind sieht sehr gut aus sehr 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 nice und zwar habe euch was bei tops bestellt wieder neue matchdex denn denn das ist denn unsere matchdex die wir ja schon bestellt vorgestellt hatten sind ausgegangen da werdet ihr am freitag im pack war die letzten sechs päckchen sehen da haben wir wieder welche geöffnet also nicht verpassen und deswegen habe ich nachschub besorgt und ich werde noch ein paar mehr bekommen die ich direkt aus london von jemandem mitbekommen mitgebracht bekomme und dann gucken wir uns mal an was da drin ist ich erwarte noch ein anderes päckchen da steht ja auch drauf dass es noch kommen wird aber das ging jetzt echt schnell und es ist diesmal wirklich vollständig denn die letzten male war wo ich bestellt da war hat immer irgendeine kleinigkeit gefehlt und ich bin diesmal wirklich zufrieden so wie es aussieht und ist auch sehr gut verpackt also schauen wir mal was ich da hier eigentlich überhaupt bekommen habe zweimal so packs mit jeweils fünf päckchen manchmal die gummis weg fünf päckchen hier und dann noch mal fünf päckchen also zehn einzelne zehner päckchen sind 100 karten richtig schön dann habe ich zehn weitere päckchen und zwar habe ich hier zwei multipacks bei tesco das ist ein englischer supermarkt oder so ja gibt es die glaube ich sogar exklusiv ist das einzige wo du sie kaufen kannst und da haben sie ja noch so extra so cult hero oder so hieß es so extra karten von so legenden sozusagen aber dann gab es ja auch noch online bei denen zu bestellen und da sind leider keine von diesen karten drauf aber trotzdem ist da noch eine limmi von wain rooney drin und halt noch insgesamt zehn päckchen das ist auch auf jeden fall schön dann haben wir hier so ein paket richtig schön mit dieser bubble tape also mit dieser mit diesen wie nennt man das bläschen dann öffne ich das mal schön zugetapet und ihr könnt euch wahrscheinlich schon erahnen was da drin ist und zwar eine mini tin der neuen saison drinnen sind 50 karten das heißt sagen für fünf pfund bezahlt man die karten inklusive einer bronze silber oder limmi silber oder gold limmi und ja das heißt sozusagen 99 pens knapp 1 von für die tin und dafür dass deine limit drin ist aber auf jeden fall richtig nice und lohnt sich auf jeden fall und habe ich noch hier was wer die deutsch das gibt es auch für den deutschen matchtags dieses jahr weil sie haben angefangen das zu produzieren für die matchtags extra in der vergangenen saison in england war anscheinend erfolgreich und deswegen haben sie es jetzt auch in die normale serie und auch in die deutsche serie eingebracht auf jeden fall finde ich das richtig cool dass die das so mit dieser folie eingewechselt haben das heißt es wird geht wirklich nichts kaputt das problem hatte ich persönlich noch nie irgendwie bei den bei tops dass irgendwas kaputt gegangen ist aber vielleicht war es bei anderen so dass sie rückwählung bekommen haben dass es beschädigt sachen beschädigt wurden und haben das dann geändert auf jeden fall ist das die game mad die spiele ein spielfeld tournament edition steht hier also das ganze kostet fünf pfund beziehungsweise 8 euro die deutsche version kostet ja 9 euro 99 deutsche hat Sven bender drinnen in gold silber oder bronze hier ist auch eine limit drin ich weiß gerade nicht genau welche da drin ist aber das werden wir dann sehen nicht heute denn das wird alles weil ich euch eben gezeigt wird wird geöffnet in videos aber dazu werden noch einzelne videos kommen bald auf unserem kanal und ja ich hoffe euch hat das kurze video heute gefallen ich wollte euch einfach mal zeigen was ich so gekauft habe und ihr fragt mich auch oft wo ich die sachen mehr her habe und so jetzt wisst ihr es also das ganze habe ich direkt vom top bestellt die sind eigentlich auch immer die haben guten kundenservice finde ich und ja also ich habe das bestellt die sagen irgendwie in zehn bis 15 tage oder was weiß ich wie lange kann es dauern ich habe auch in vergangenen jahren öfters mal so zwei drei wochen wirklich drauf gewartet und es schon das zweite mal dass ich dieses jahr bestelle und beides mal sind unter einer woche angekommen und ja dann hoffe ich dass es euch gefallen hat wenn ja gebt einen daumen hoch abonniere nicht vergessen denn dann verpasst ihr auch nicht wie ich das hier öffne das hier öffne oder auch die multiplex öffne und dann sehen wir uns bald wieder hier bei magix buddies ciao ja 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 jetzt Vielen Dank.